So, guten Morgen Freunde, wir haben Mittwoch, den 27. Juli und wir haben es gerade 8 Uhr morgens. Nicht, dass ihr euch wundert, ich wollte heute an den See fahren und nicht, dass ihr euch noch mehr wundert, warum ich so früh aufstehe. Wir treffen uns eigentlich um 12, aber ich muss etwas früher losfahren und ich muss jetzt total früh aufstehen, weil ich sicherheitshalber noch ein bisschen was arbeiten muss. Vor allen Dingen muss ich das Video für heute machen, für den Hauptkanal, das habe ich nämlich ja gestern gedreht, aber überhaupt nicht fertig geschnitten und deswegen muss ich jetzt ein bisschen Gas geben, damit ich das hinbekomme und mache mit mir jetzt gerade Frühstück und so weiter, damit das alles noch schon mal fertig ist. Gut, und deswegen gebe ich jetzt ein bisschen Gas, ich versuche die Kamera mit an den See zu nehmen, aber ich kann euch nichts versprechen, ich werde es auf jeden Fall versuchen und dann bis gleich. Video für den Hauptkanal fertig, wir haben 10 Uhr 31, 10 Uhr 35 muss ich los, Video ist im Upload und soweit bereit. Das wird also alles super funktionieren, deswegen würde ich sagen, sehen wir uns später und bis gleich. So, und das war es dann auch für dieses Video, ich hoffe euch hat es gefallen, wir sind vom See so abends wieder gekommen und dann bin ich noch Federball spielen gegangen, habt ihr letzte Woche ja schon den Blog gesehen und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder zu einem neuen Video, wenn es euch gefallen hat, zeigt es mit einer Bewertung, bis morgen, haut rein, ciao. Bis zum nächsten Mal.